Hier sind die neuen und jungen Wilden der Jonglierkons, die Take That Out und Bernhard Boecker. Die neue Musik, die Take That Out und Bernhard Boecker, die Take That Out und Bernhard Boecker, die Take That Out und Bernhard Boecker. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So ein Fühlerstück Das war's. Genial dieser Bernhard Hohecker und auf Berlin das Jonglage-Trio Take That Out!